Hallo liebe FC und Fußballfans und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich melde mich heute mit Transfergerüchten, nämlich der FC soll in den Poker eingestiegen sein um Groglin Kevin Etze von WN Wiesbaden. Der Spieler ist am 23.06.2001 geboren, ist also dementsprechend noch 21 Jahre alt, ist von der Nationalität her deutsch-nigerianisch und ist ein linker Verteidiger. Ja, laut Sky soll der 1. FC Köln wohl in diesen Poker auch mit dem Hamburger SV eingestiegen sein. Der Vertrag von Groglin läuft bis Ende Juni 2024, heißt, der Spieler wird auf jeden Fall noch Ablöse kosten und in Hinsicht auf Lea Pacarada und Petersen ist es vielleicht auch gut, nochmal einen dritten Linksverteidiger mit im Team zu haben prinzipiell, der dann nochmal ein bisschen Konkurrenzkampf auf jeden Fall mit entfachen kann, auch weil, worüber wir gleich sprechen werden, Lea Pacarada sich verletzt hat. Und, ähm, ja, meiner Meinung nach kann ich jetzt nicht einschätzen, ähm, wie der Linksverteidiger einzuschätzen ist. Ähm, also ich habe jetzt keine bestimmten Daten von ihm. Ich weiß nur, dass er auf jeden Fall eine Einsatzquote von 84 Prozent hat. Ja, er hatte elf gelbe Karten bei 38 Spielen, zwei Tore und sechs Torvorlagen. Ähm, also, ja, schon an ein paar Toren beteiligt. Ähm, wahrscheinlich so ein ähnlicher Spieler wie Benno Schmitz, der auch gerne mal übergreifend von der Laufart her mit nach vorne geht und dann versucht natürlich die Bälle in den Strafraum zu schlagen und dann im günstigsten Fall dort den Stürmer anzutreffen, der ihn dann reinmacht. Ähm, aber sonst kann ich das leider nicht einschätzen, wie der Spieler sonst noch so ist. Ähm, ich fände es auf jeden Fall interessant. Ähm, heißt, ich würde auf jeden Fall nicht ausschließen, dass er kommt. Aber, wie gesagt, dieses Gerücht ist aktuell ganz, ganz neu. Und deswegen bleibt da abzuwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Und, ja, ich werde euch da natürlich noch auf dem Laufenden halten, was da passiert. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Thema, nämlich zum Thema Lead Pakarada. Ja, wie ihr im, äh, Thumbnail schon seht, ist oder hat sich Lead Pakarada beim Länderspiel verletzt. Ähm, da ist aber mittlerweile die Info raus, dass es bei Lead Pakarada vielleicht nur Blessuren sind und jetzt auf jeden Fall kein Knochenbruch oder so, was schon mal sehr, sehr gut ist. Weil das war natürlich für viele FC-Fans natürlich, ähm, ja, ein sehr, sehr großer Schock am Anfang. Und da gibt es jetzt auf jeden Fall erstmal Entwarnung. Man weiß aber noch nicht genau, was es ist. Aber man geht auf jeden Fall davon aus, dass es kein Knochenbruch oder so ist. Ähm, was auf jeden Fall schon mal ganz gut ist, weil würde Lea Pakarada jetzt ein paar Monate mehr ausfallen oder ein paar Wochen mehr, sollte man natürlich drüber nachdenken, vielleicht den Linksparteil von Wien-Wiesbaden zu verpflichten. Aber ich weiß halt nicht. Ich bin da so ein bisschen gespalten, ob die zwei Linksparteilien reichen oder nicht. Also, wir hatten es ja jetzt letzte Saison auch gehabt, dass zwei Linksparteilien da waren. Aber was macht man halt, wenn einer ausfällt? So, dann hat man halt keinen Ersatz mehr, ne? Und deswegen sollte man da auf jeden Fall schauen, dass man da auf jeden Fall in der Breite noch Spieler zur Verfügung hat. Und, ähm, ja, das bleibt mir halt, wie gesagt, abzuwarten. Wie sich das Ganze entwickelt auf jeden Fall. Jetzt schneide ich nochmal ganz kurz das Thema, äh, Benedikt Hollerbach an. Dort weiß man leider noch nicht, wie es weitergeht. Dort ist eigentlich der alte Stand, wie gesagt, dass sie in Kontakt sind. Und, ähm, dass es abzubleiben, äh, ab, dass es abzuwarten bleibt, ähm, wie sich das Ganze dort entwickelt. Wie gesagt, ich persönlich fände es gut, wenn er kommt. Äh, ihr habt ja auch gesagt, dass es eigentlich ein sehr guter Transfer wäre. Und, ähm, ja, das soll es eigentlich auch für heute gewesen sein. Wie gesagt, das waren jetzt zwei kleinere Infos, die ich gedacht habe, auf jeden Fall in einem Video noch zu bringen, damit ihr da auf dem neuesten Stand seid. Und, ähm, ja, was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, dass die Frauenmannschaft des 1. FC Köln einen neuen Trainer hat. Das ist vielleicht auch ganz gut. Wobei ich auch mal gespannt bin, wie sich die Frauen entwickeln nächstes Jahr. Weil die Frauen sind ja dieses Jahr schon fast abgestiegen. Und da bleibt es dann auch einfach abzuwarten, wen die vielleicht noch verpflichten. Aber da werde ich vielleicht mal am Rande Infos bringen. Aber, ähm, sonst, ähm, werde ich da auf jeden Fall keine eigenen Videos erst mal drüber machen. Um das Ganze halt noch ein bisschen einzuschränken und halt, ähm, ja, sich auf die Herrenmannschaften zu konzentrieren. Auch wenn ich den Frauenfußball sehr, sehr gut finde. Beziehungsweise ansehnlicher finde als früher auf jeden Fall. Aber ich denke mal, die meisten von euch interessieren sich erstmal hauptsächlich für die Nachrichten der Profimannschaft sozusagen, ne. Ja, wie gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden, was Transfernews und so angeht. Und, ja, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal.